Ihr habt ein Videoprojekt, an dem ihr gerade arbeitet und wollt entsprechend ein Video oder Foto einfügen. Ja, und es ist plötzlich weg. Das ist eben das Problem, das wahrscheinlich vielen von euch bereits unterlaufen ist. Und dementsprechend gibt es hier ein Tool von Magix Video Deluxe Ultimate. Ja, Leute, ich habe hier auf meiner SD-Karte keinerlei Daten mehr. Und einer der neuen Möglichkeiten ist die Software Stellar. Ist ein sogenanntes Recovery Tool. Ich lasse das Ganze gerade durchlaufen und ich bin gespannt, was wir hier auf der SD-Karte alles finden werden. Der Test ist jetzt soweit abgeschlossen und wir sehen 5201 Dateien gefunden mit 95,74 GB. Wow, das ist wirklich unglaublich. Ich konnte hier mit dem Programm wirklich vollständige Videodateien einfach wiederherstellen, von denen ich geglaubt hatte, dass sie hier auf der SD-Karte gänzlich gelöscht sind. Also ihr seht, Magix Video Deluxe Ultimate hat wirklich einiges zu bieten. Mehr dazu findet ihr unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020